Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Destiny 2. Wieder von mir, ich bin Exos und in diesem Video gibt es ein bisschen Gameplay zu Lightfall, dass ihr da schon ein bisschen was gesehen habt, bevor das Addon von Destiny 2 dann am 28.02.23 rauskommt. Wir fangen hier an mit ein bisschen Gameplay oder beziehungsweise Bild, ein bisschen visuelles, ich sag's mal so, zu Neo-Muna, zu dem Gebiet, wo wir dann unterwegs sein werden. Im zweiten Teil schauen wir uns die Strangfähigkeit etwas genauer an, vom Titan, vom Warlock und auch vom Jäger. Ganz am Ende dann ein bisschen was zum Bewertungssystem und dann auch noch ein bisschen was zum Loadout-System, das man da hat, wo man Sachen abspeichern kann und so weiter und so fort. Nun gut, hier im Hintergrund seht ihr ein bisschen Neo-Muna, ein bisschen das Gebiet, wo wir unterwegs sein werden, ein paar Feinde, ein bisschen wie die Hüter hier rumrennen, wie man's kennt, damit ihr einen kleinen Überblick habt. Bevor wir aber gleich zu der Strangfähigkeit kommen, noch ganz kurz Werbung in eigener Sache. Wenn ihr das Spiel vorbestellen möchtet, beziehungsweise die Erweiterung für PC, dann könnt ihr das gerne über meinen Link von Gamesplanet machen, der in der Beschreibung ist. Das ist für euch eigentlich ein Vorteil, weil ihr könnt es da ein bisschen günstiger holen. Und zudem, jeder der darüber bestellt, der unterstützt mich, weil ich kriege über jede Bestellung eine kleine Provision. Kostet euch nicht mehr, es ist sogar ein bisschen günstiger als auf Steam in der Regel. Das heißt, gerne den Beschreibungslink auschecken, wenn ihr es noch nicht vorbestellt habt und ihr wollt das tun, tut das sehr gerne da, um mich dahingehend zu supporten. Gut, Gameplay, beziehungsweise ein bisschen Bilder von Neo-Muna habt ihr jetzt im Hintergrund gesehen, kommen wir zum spannenden Teil, zu den Fähigkeiten und zum Gameplay von den Fähigkeiten. Fangen wir mit dem Titanen an. Ist auch relativ cool, weil wir hier ziemlich gut die Super sehen. Das heißt, der Titan zündet die Super von der Strangfähigkeit, also dem dunklen Fokus, mit den ganzen Fäden, mit den Fädlingen und so weiter und so fort. Und wie man es eigentlich auch schon von anderen Superfähigkeiten vom Titanen kennt, man zündet sie, hat die Fähigkeit über einen längeren Zeitraum, kann im Nahkampf die Feinde weghauen und wir haben zusätzlich noch einen Wurf, wo wir dann Feinde auch aus der Distanz mit diesem Angriff killen können. Gameplay-technisch sieht man hier, glaube ich, relativ viel. Dürfte etwas spannender sein als der Trailer, der nur ein bisschen was verraten hat. Von daher dachte ich, ich zeige das mal so und kommentiere es ein bisschen, damit ihr einen kleinen Überblick dazu habt. Fähigkeitstechnisch, beziehungsweise Finisher-technisch, ist es, wie man es eigentlich auch schon kennt, wir kriegen einen Finisher, der dann ja auch in der Strangfähigkeit funktioniert, also mit dem Strang-Aussehen, ich sage es mal so, im Granaten-Nahkampf. Da gibt es auch verschiedene Variationen, die sehen wir hier aber Gameplay-technisch leider nicht. So, jumpen wir noch zum Warlock, damit wir auch da noch ein bisschen was sehen. Die Super, die sehen wir hier halt nur begrenzt, das heißt, das hier war gerade die Super, wirkt im ersten Moment ein bisschen schwach, wenn man das nur so aus dem Gameplay sieht, ist aber deutlich stärker, als man denkt. Ganz am Ende sehen wir es noch ein bisschen genauer. Nun, wie man es auch schon aus den Trailern kennt, wir können die Granatenfähigkeit ersetzen durch einen Haken, das heißt, wir können uns an Feinde festhalten und uns dann hinziehen oder um sie herumziehen, wie man es auch hier im Gameplay sieht. Wir können uns auch in der Luft festhalten mit diesem Haken, das heißt, wir haben da mehrere Möglichkeiten, ja, um agiler zu sein. Da sehen wir nochmal die Super, auch hier, leider sieht man es nicht so gut, ganz am Ende gibt es noch einen besseren Ausschnitt, ich sage es mal so, zeige ich dann auch zweimal. Beim Warlock, was ganz schön ist, man hat es jetzt gesehen, der erschafft kleine Fädlinge, die dann auch die Feinde suchen, oder im Allgemeinen kann man Fädlinge erschaffen, die die Feinde dann suchen, um sie dann zu killen oder um sie zu binden als Fähigkeit. Das hat man eigentlich noch ganz nice gesehen hier. So, das war jetzt die Super, ich spule da nochmal zurück, wir schauen uns das Ganze gleich nochmal an, denn ihr seht da auch schon, okay, das Ding ist gar nicht mal so schwach, das ist ein relativ starker Feind und zack, den hauen die einfach weg. Und zudem, auf dem Boden, ich klicke mal Pause, seht ihr hier diese Sucher, die funktionieren dementsprechend, die suchen entweder andere Feinde, die sie dann angreifen, oder die kommen zu euch zurück, haften sich dann an euch, und wenn ihr einen Feind angreift, dann flitzen die wieder los, gehen auf die Feinde los und versuchen die anzugreifen. Das heißt, ihr habt nicht nur die Super, wo ihr da Schaden anrichtet, sondern ihr kriegt auch diese kleinen Sucher auf dem Boden dann, so, ja, kleine Minions, kleine Kämpfer für euch sozusagen, die dann auch weitere Feinde angreifen. Da haben wir also eine Super, die etwas mehr ist, als das man im ersten Moment sieht. Gut, springen wir noch zum Jäger, damit man auch da einen kleinen Überblick hat, damit wir ja auch die Super noch sehen. Gut, wenn die die Super zünden, ist es so, wie es bei den einen oder anderen Superfähigkeiten ebenfalls schon ist, dass wir eine Super über Zeit haben, das heißt, wir können die aktivieren, haben dann verschiedene Fähigkeiten, kriegen hier so eine, ja, wie soll ich es nennen, eine Kette, eine Fadenkette nenne ich sie jetzt mal, mit der wir dann Feinde töten können, hat eine relativ hohe Reichweite, das heißt, Feind Control, also Add Control, scheint mit der Super ganz gut zu funktionieren. Dann üblichen Fähigkeiten wie Granaten-Nahkampf, wo man auch ein bisschen einen Einblick kriegt. Und ihr seht da auch schon, da sind die Fädlinge oder diese Sucher, die auf dem Boden dann Feinde angreifen. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, auch eben kleine Unterstützer zu schaffen, die da, ja, nicht uninteressant sind. Ich bin sehr gespannt, wie sich das dann spielt bei Lightfall effektiv. Gut, Fähigkeitstechnisch bei Strang, die ein oder anderen Infos sind schon raus. Ich gebe hier nur noch ein bisschen Info weiter. Wie können Feinde eben binden, wie man das hier auch ganz gut im Gameplay sieht. Die sind dann so in der Luft festgehalten durch diese Fäden, können sich nicht wehren, kann sich relativ einfach killen. Dann haben wir die Fähigkeit zersetzen, wo dann die Feinde eben zersetzt werden in der Luft, verschwinden die dann, werden getötet. Und, ja, man sieht es eigentlich im Gameplay ganz gut. Zerreißen haben wir auch noch. Das ist eine Fähigkeit, wo die Feinde geschwächt werden. Und dann haben wir noch, also geschwächt werden, dass sie uns, glaube ich, weniger Schaden machen. Und dann haben wir noch die geflochtene Panzerung als Buff, den wir kriegen können, wo wir dann deutlich mehr aushalten, wo die Feinde auch weniger Schaden auf uns machen. Das heißt, wir haben mit Strang die ein oder andere Fähigkeiten oder Buffs, Debuffs, die dazukommen. Dürfte spannend werden, wenn wir das dann auch mit anderen Sachen kombinieren. Ich bin sehr gespannt, wie das im Einzelnen bei Lightfall dann aussieht. Gut, noch ganz kurz das Bewertungssystem. Es wird ein Bewertungssystem bei Lightfall geben, wo ihr Mitspieler bewerten könnt. Und je nachdem, wie viele Bewertungen sie dann gekriegt haben, haben sie ein Rangsystem, wo man sieht, wie häufig hat der jemand anderen geholfen, wie gut ist der Spieler. Das soll wohl jede Season zurückgesetzt werden. Das heißt, wir haben auch das Season-System im Allgemeinen jedes Season wieder zurückgesetzt vom Level her. Und dann könnt ihr das wieder neu hochleveln. Dürftet das ganz wohl unterstützen, um Neulinge zu supporten. So. Hier haben wir jetzt das Loadout-System und den Überblick. Man sieht es relativ gut. Ihr könnt das Video pausieren, wenn ihr mehr Info braucht. Ihr könnt hier Loadouts speichern. Das heißt, so wie das jetzt drin ist, speichern wir das einfach ab. Und dann haben wir ein komplettes Loadout, wie ihr das hier seht. Und wenn ich das wechseln will, dann kann ich einfach dieses Loadout laden. Und dann bin ich direkt auf Leere getrimmt mit den Waffen, mit den Buffs, also mit den Mods in dem Fall. Und habe das Set direkt fertig. Da freue ich mich sehr drauf, ein paar coole Sets zusammenzubasteln, damit man hier einfach relativ schnell die Sachen gewechselt kriegt. Spielen wir also in der Dämmerung, wo man bestimmte Mods braucht oder bestimmte Fähigkeiten, also Solar oder Leere oder was auch immer. Da kann man einfach das Loadout wechseln und hat da vorgefertigte Sachen oder eins vorfertigen für den oder jenen Raid. Also das ist eine sehr gute Änderung. Da freue ich mich sehr drauf. Ich bin super gespannt, wenn ich es dann ausprobieren kann und die ganzen Sachen abspeichern kann, wie es im Endeffekt effektiv ist. Gut. Im Grunde genommen wäre das auch schon das Video gewesen. Ich habe hier einfach dieses Gameplay-Material zur Verfügung gehabt und dachte mir, komm, da kommentiere ich mal schnell drüber, gebe euch den Überblick, hau das Video einfach auf den Channel hoch, damit ihr das Ganze seht. War jetzt nicht ein wahnsinnig großer Aufwand, aber ich dachte mir, warum nicht? Die ein oder andere dürfte es freuen. Wenn ihr solche Sachen gerne häufiger haben wollt, schreibt das gerne in die Kommentare, lasst gerne Feedback da, dann werde ich versuchen, ein bisschen mehr so Trailer-Analysen relativ schnell zu machen. Vielleicht sogar aus dem Livestream auf Twitch rausschneiden, damit ihr das informativ dann trotzdem habt. Einfach meine Meinung ein bisschen drüber gequatscht. Gut. Eben gerne Feedback da lassen, ein Like da lassen und auch gerne in die Beschreibung schauen, da dann gerne über Gamesplanet das Spiel vorbestellen. Wenn ihr sagt, doch, das habe ich jetzt überzeugt, jetzt möchte ich das Spiel eigentlich doch noch vorbestellen oder die Erweiterung Lightfall, dann macht das sehr gerne in der Beschreibung. Über den Link. Gut, dann bleibt mir am Ende nur noch zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch oder im nächsten Video auf YouTube. Bis dann. Bis dann.